Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Dafür bekommt ihr dann Container. Damit eröffnet ihr eine Sammlung. Denn im ersten Container ist gleich ein Gegenstand drin. Und dann könnt ihr mit allen täglichen Containern diese unendlich lange laufende, also unbegrenzt laufende Kampagne direkt freischalten. Das heißt, selbst wenn ihr nur an diesen Aufträgen hier teilnehmt, an den drei Containern, könnt ihr danach eben mit den täglichen Containern eben die Sammlung weiter vervollständigen. Als Bonus, wenn ihr die Sammlung vervollständigt habt, gibt es nochmal einen 10er Kapitän obendrauf für die Azuma. Der ist auf der Azuma angelernt. Wenn ihr diese kleine Reihe hier mit den drei Containern fertig macht, kriegt ihr eben einen Kapitän mit 10 Fertigkeitspunkten und eine Gedenkflagge. Was kann in diesen Containern sein? Beliebige Kapitäne. Dann haben wir hier Signalflaggen noch dabei. Und es gibt noch so eine Tarnung, Azure Lane Tarnung. Das, was in den Standard-Containern drin ist, dann könnt ihr natürlich auch wieder im Premium-Store zwei Schiffe kaufen. Yuki Kaze, Montpellier heißen die beiden Dinger. Die Montpellier ist quasi eine zweite Version der Cleveland. Yuki Kaze eine Version der Kagero mit kurzen Torps. Also müsst ihr euch gut überlegen, ob ihr das Geld ausgeben wollt. Außerdem gibt es da auch Premium-Container, die ganz schön in sich haben, vom Preis her meine ich. Nächster Punkt ist dann Feliz Sinso de Mayo. Nichts mit der Salatmayonnaise, sondern eine Andenken auf, näher an, für die mexikanische Armee. Und die müsst ihr auch erstmal aktivieren, diese Aufgabe, damit ihr diese Sache freischalten könnt. 10.000 Base XP müsst ihr mit Schiffen sammeln, auch T5 bis T10. Ja, Zufall, Unternehmen, Gewertet, Koop und so weiter. Und dann ist das Abzeichen euer. Tag der Arbeit. Diese Aufgabe gibt es schon seit 26. April und geht noch bis zum 3. Mai. Auch hier müsst ihr hier auf Angebot annehmen klicken und dann 50.000 Kreditpunkte verdienen. Auch genauso wie oben auch T5, T10 etc. pp. Und dann gibt es eine Flagge und 50.000 weitere Kreditpunkte. Habt ihr die Laso für Versorgungsmarken schon freigeschaltet, dann kann ich euch nur ein Herz legen, sie weiterhin täglich zu benutzen. Denn dafür gibt es einen Sowjet-Ära-Container. Und zwar jeden Tag, an dem ihr ein Gefecht mit ihr gefahren seid. Unternehmen, Zufall, Koop gewertet ist da möglich. Und darin ist ja dann der Auftrag für russische Schlachtschiffe. Diese Vorabaufträge kann man da eben freischalten. Also eventuell mit einer gewissen Drop-Chance bekommen. Wir sind mitten in der goldenen Woche. Und das ist jetzt auch am kommenden Wochenende noch so. Da gibt es einen Dublon-Preisrabatt für ökonomische Signale. Für die Hafenliegeplätze zum Beispiel. Dann gibt es einen Dublon-Rabatt, wenn man dazu sagen möchte, für Kreditpunkte. Also für eine Dublone bekommt ihr nicht 1500 Credits, sondern 2000 Credits. Außerdem sind japanische und panasiatische Schiffe von T2 bis T10 rabattiert. Im Wert von 50, 30 und 15 Prozent. Außerdem gibt es dann hier so eine Auftragsreihe, wo ihr nochmal Premo-Spielzeit bekommen könnt. Und verschiedene Signale. Wenn ihr die komplette Reihe abgeschossen habt, gibt es nochmal Tarnung. Mosaik, asiatische Laterne und Frühlingshimmel. Die haben es echt in sich. Teilweise 400 Prozent Boni auf Free-XP und so den ganzen Geschichten. Oder Kapitäns-EP mit 777 Prozent geboostet. Also lohnt sich auf jeden Fall. Die Aufgaben gehen einigermaßen. Es ist noch zu schaffen. Es ist ja noch ein ganzes Wochenende dazu. So, und dann geht es weiter. EP-Bonus seit dem 1. Mai und zwar bis zum 10. Mai gibt es täglich für den ersten Sieg des Tages pro Schiff wohlgemerkt 200 Prozent EP. Das ist also richtig sinnvoll, da eben sich da so ein bisschen reinzuhängen, wenn man zum Beispiel ein Schiff hat, was man von T9 auf T10 bringen will oder von T8 oder sonst woher. Das kann ich euch nur empfehlen. Denn es gibt demnächst eine neue Aktion, die am 6. Mai startet. Also ihr merkt, super viele Aktionen. Ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video echt helfen, dass ihr vielleicht so ein paar Credits oder Dublonen spart. Wollt ihr vielleicht was umwandeln wollt oder eben auf T10 hochleveln wollt, wie auch immer. Das sind hier ein paar krasse Dinger. Denn hier oben gibt es eben die 200 Prozent EP, mit denen ihr euch hochleveln könnt. Und hier unten gibt es dann Kreditpunkte Rabatt für sowjetische, amerikanische und französische Schiffe von T2 bis T10. Und das ab 6. Mai bis zum 10. Mai. Das heißt, wenn ihr in dem Baum unterwegs seid, könnt ihr richtig Credits sparen. Und nicht jeder von uns hat eine Premium-Spielzeit. Das heißt, da sind Creditspunkte sowieso eher mau. Und von daher ist es vielleicht eine coole Sache. Außerdem könnt ihr Elite-Kapitäns-EP und Elite-Schiffs-EP umwandeln. Es gibt nämlich für eine Dublone nicht mehr 25, sondern 35 Free-XP. Das ist vielleicht nochmal hilfreich, wenn man zum Beispiel noch irgendwie einen Free-XP-Schiff haben möchte. Und Verbrauchsmaterial und Verbesserungen sind natürlich auch rabattiert auf den Creditspunkte-Preis 60 respektive 50 Prozent. Außerdem kriegt ihr dann wieder so eine Reihe an Aufträgen, wo ihr Schiffe zerstören müsst, Creditspunkte und EP sammeln müsst und nochmal Creditspunkte und EP sammeln müsst. Hier sind es dann sogar Free-XP. Und dafür bekommt man jedes Mal Siegessalut als Tarnung. Und ja, am Ende nochmal Roter Drache und Baselist. Jeweils fünf Spezial-Signale davon. Dann kommen wir noch zum Hamburger Hafen. Auch vom 6. Mai bis zum 13. Mai. Da könnt ihr hier einen Auftrag bekommen oder bekommt ihr dann reingestellt. Hier steht es nicht anders, dass ihr hier irgendwas klicken müsst. Ich gehe davon aus, dass ihr es also automatisch bekommt. Ihr müsst dann 300.000 Schaden an Gegnerschiffen machen. Auch das auf der Tierstufe 5 bis 10 in allen möglichen Gefechtsformen. Und dann gibt es die Hamburger Hafen-Gedenkflagge für euch. Unten geht es dann auch weiter mit Bismarck in Aktion. Das ist aber erst Ende Mai soweit. Das bringen wir euch dann näher, wenn es soweit ist. Der nächste Punkt ist dann die Lenin. Ja, Lenin kommt, habe ich es genannt. Der neue Schlachter T8 der sowjetischen Marine kommt jetzt demnächst in den Premium-Store. Nämlich ab 08.05. könnt ihr ihn erstehen. Preise sind natürlich unbekannter. Habe ich keine Kristallkugel oder so. Ich würde jetzt schätzen, dass da irgendwie zwischen wahrscheinlich 40 bis 55 Euro liegt im Basispaket. Und dann kennt ihr ja die ganzen Paketsgeschichten, Paketgeschichten, wo ihr dann irgendwie noch mal tiefer in die Tasche greifen müsst. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwelche anderen Ingame-Aktionen, die jetzt noch nicht angekündigt sind. Keine Ahnung. Aber im Premium-Store wird da definitiv ab 08.05. sein. Schreibt mir gerne unten rein, ob ihr euch überlegt, diese Schiffchen zu organisieren. Was euch an dem Schiff interessiert, was euch vielleicht gar nicht interessiert. Interessiert euch eine Nelson auf T8? Weil das ist am Ende ein Schiff, was sogar bei den Briten offiziell so ein bisschen kopiert wurde. Das ist zumindest in der Geschichte, glaube ich, irgendwo so ein bisschen zu lesen. Zumindest in dem Projekt, was hinter diesem Schiff steht. Gut, das war der Hinweis zu Lenin. Und jetzt kommen wir zu unserem Crowdfunding-Gewinner im April. Was genau ist Crowdfunding nochmal? Das ist ein Programm, was wir bei Seacrouds und ausgedacht haben. Als Dankeschön für euch, unsere Zuschauer, in unseren Livestreams. Wir streamen immer dienstags um 20.30 Uhr und samstags um 20 Uhr. Da kann man dann bei uns teilnehmen und Punkte sammeln durch Aktivität im Livestream. Und wenn man genug Punkte gesammelt hat, gibt es am Ende des Monats Seacrouds Euronen gutgeschrieben. Das ist ein virtuelles Guthaben, was ihr bei uns erlangt. Und das ist im Tauschkurs 1 zu 1 zu echten Euronen zu sehen. Wargaming unterstützt uns da in keinster Art und Weise. Das ist alles selbst ausgedacht. Und diese Guthaben bekommt ihr auch nur bei uns. Und ja, wenn ihr 15 Seacrouds Euronen, also 15 Euro zusammen habt, dann könnt ihr euch bei uns etwas in dem Wert sozusagen aussuchen. Freie Auswahl im Store ist aber nur ein Klick. Also die Regeln werden auch nochmal erklärt. Unten unter diesem Video in der Beschreibung gibt es eine Tabelle. Da gibt es auch nochmal einen Reiter. Und da sind die Regeln genau aufgeschlüsselt. Im Monat April war Neophyte 65 der aktivste mit 500 Punkten. Das ist der höchste Punktestand überhaupt, den wir am Ende eines Monats haben. Dann geht's Tom Acker, Getfly Goblin. Im Rang der Gallionsfigur aktuell 408 Punkte. Und Liqui of Bob ist Löschmeister und hat 343 Punkte im Monat April zusammengesammelt. Herzlichen Glückwunsch an diese drei Gewinner und vielen, vielen Dank an alle, die daran teilgenommen haben und fleißig gesammelt haben und immer so fleißig in unseren Livestreams sind. Es macht eine Menge Spaß mit euch und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Stream am 4.5., dann ab 20 Uhr hier auf dem YouTube-Kanal und bei uns auf der Facebook-Seite wieder. Diese Punkte, nur zu der Crowdfunding-Geschichte, diese Punkte könnt ihr nur bei YouTube sammeln, weil der Bot halt nur für YouTube funktioniert. Ich danke euch jetzt für eure Zeit, dass ihr mir zugehört habt und ein bisschen, vielleicht ein paar Informationen gesammelt habt, die euch am Ende Dublonen, Credits oder Zeit sparen. Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen über ein Abonnement, eine Glocke, die nämlich direkt neben dem Abo-Button ist, sodass ihr kein Video mehr von uns verpasst. Einen Daumen nach oben, konstruktive Feedback und Weiterempfehlungen, dafür würde ich mich natürlich ganz besonders herzlich bei euch bedanken. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Video hier auf unserem Kanal. Haut rein, ciao, ciao.